Zurück gleich noch mal! Willkommen zurück! Willkommen zurück bei... Sets... Long... Aua! Drei... Danke! Das hast du fein gemacht! Du hast mich mit nem Dildo verprügelt! Ja wunderbar! Da freu ich mich! Du darfst mich gefickt fühlen! Du wurdest gefickt! Ich will eine Bede! Ne, wir müssen jetzt... Was müssen wir denn? Siehste, keine Ahnung. Bargeld habe ich nicht. Toll. Oder ist der Zeit leer? Ich kriege 3000 stündige Einnahmen, das ist schon mal sehr gut. So, Aufträge! Wollen wir mal gucken! Shanti, nimm Powder aufs Korn! Dann wollen wir das mal tun, nicht wahr? Wir können ein Coop-Kondo starten. Ich habe das Gefühl, dass... mein Audio ein wenig leise ist, deswegen... Nee... Doch nicht. Okay, das kommt mir wahrscheinlich nur so vor, weil gerade nichts passiert. Gut, wollen wir mal! Ne? Und so... Hey, ich wollte ein Coop-Kondo! Ach, schade. Was ist ein Coop-Kondo? Ui! Oh, war das... Oh, war das episch! Boah, war das gut! Boah, war das geil, Alter! Warte, warte, ich mach's nochmal. Ne, das geht nicht. Warte, warte, warte! Warte, 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 warte! Das krieg ich noch ein! Das war super cool! Das war einfach nur... Lol, mein Afro bewegt sich ja voll, wenn ich mich so kurz... Ui! Der lebt! Uuuu! Alter! Schlange ich mir dieses komische Gesicht gesehen, ne? Was? Stündliche Statteinnahmen! Oh, ja! Diese Stündliche Stimme wissen nicht, wann zu schnell! Wir müssen helfen, sie zu vertreiben! Scheiße, jetzt bin ich an irgendeinem Handy angegangen! Ach, komm, wird fertig! Bin ich doch! Hier, guck, guck, guck! Ui! Genau das hab ich auch gerade gemacht! Das war voll cool! So, holen wir uns mal einen Huber, wa? Äh, wo ist er denn? Hubschrauber? Ne? Ultra-Interceptive... Hä? Haben wir nicht mehr einen Hubschrauber gehabt? Wuhuhuhuhu! Abbrechen! Ich dachte, wir hätten mal einen Hubschrauber gehabt! Angriff, ihr Schweine! Übernehmen, ich will nichts! Och, Mann! Ich kann nicht ballern, wenn ich flieg! Nein! Jetzt bin ich genau bei denen reingeflogen! Fack dir, bitte! Huiiiiiii! Oh! Huiiiiiii! Was? Neun Wellen? Help, bitte mich! Ich komm hier schon! Ich komm hier schon! Ich komm hier schon! Aaaaah! Au! Warte ganz kurz! Lol! Ich hab übelst das geil... Help, ich hab übelst das geil Auto! Ja, Chef, wir müssen die töten, nicht Autos klauen! Ah, ich bin gleich tot, Mama! Huiiiiiii! Ich überfahre dir einfach! Ah, das war aber rascharf! Wir müssen die Wellen töten, hast du noch nicht mitbekommen! Ich weiß nicht, wie es läuft! Fett! Ja? Das ist aber schön! Ja, ich merke schon, dass die PS4man sich ein wenig gewässert hat, weil Felix ja seinen neuen PC hat. Und... Oh! Warum? Ah, ich bin schon wieder am sterben! Wer ist denn hier am Ballern, Alter? Ich? Ne, ich mein, wer das hier alles in die Luft jagt! Ja, auch du! Guck mal, ich hab die zweite Welle schon down! Ja, nice! Aber... Ah, ich brenne! Ah, ich brenne! Ah, ich brenne! Okay, ich höfft! Äh, wo ist denn die zweite Welle hier? Wo ist denn hier doch einer? Ach, hier kommt die zweite Welle! Brumm, 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 brumm! Ah, irgendwie hab ich volles Lied von Need for Speed gekauft! Weil, komm grad! Fahr keine Musik! Ja, ich mir auch nicht! Wenn wir kommen... Ich liegt immer daran, weil ich sie ausschalten musste! Wie immer! Oder ich nicht weiß, was für Musik läuft! Ja, wo komm ich denn? Bei mir stehen hier ganz viele! Ah, hier! Hey! Hey, da steht ein Bulle und der macht nichts! Ja, lassen! Ist okay, ist okay, ist okay! Doch, der macht was! Loli! Ich brenne! Ich brenne! Ja, so ging's wie immer auch! Opsala! Ja, ich nehm dir die Pistole! Ich weiß nicht, damit komm ich am besten zurecht! Ich nehm dich Sniper! Ah, wo ist denn der Heli hier? Guck mal, da mach ich mit einem Schuss einen Hedger, der... So, hammer nice! Wupp, 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 wupp! Oh, 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 oh! Mach mal den Heli! Mach mal den Heli! Mach mal den Heli! Mach mal den Heli! Ja, mach ich doch schon! Das seh ich! Das ist einmal getroffen! Fuck, jetzt komm ich aber auch nicht rein! Ah, Mist! BAM! Weg sind sie! Die Honks! Was, wo? Leute, ich wollt grad... Die Schweine! Ich bring dich um! Naja! Scheiß Punks! Echt! Ich glaub's ja wohl! Überfahren nämlich einfach! Alter! Ich glaub's ja wohl! Also jetzt... Nicht gegen eine Gruppe gerichtet! Es sind einfach nur gegen diese zwei, die mich einfach angefahren haben, die Schweine! Sie sich beleidige ich ja alles, was mir entgegenkommt! Ne! Du Honk! Taka tata 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 tata... Los, explodieren! Alter, mit dem Scharfschützengewehr kannst du schließen wie mit einer MP fast! Ach, was du nicht sagst. Voll unredelisch. Ja und? Es ist ganzes Spiel, das ist irgendwieoltzig, was ich jetzt ein wenig aufgefallen bin. Das kommt wie hier, ne? Ach, das sind die unsere hier! LAL! Hey, unsere! Na ja, die helfen uns auch! Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Da ist einer. Wo ist denn? Ja, da ist da. Warte, 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 Vorsicht, Vorsicht. Oh, der ist mit so sechs in die Luft gegangen. Passiert. Standard. Warte, da kommt der. Oh. Sorry. Ja, ich dich. Stand ist im Weg. Das war eine Granate aufgehalten. Das macht man halt nicht. Auch wenn du einen Held sein willst. Ich fick dich zurück. Pass auf, ich hab Nägel in meinem Schwanz. Ich hab Nägel. Ich hab Nägel. Ich bin die Nägel dann. Vorsicht. Lebst wieder. Oh, ich bin tot. Hilf mir, hilf mir, ich bin auch tot. Ja, ich war sowieso gerade kurz vorstern. Vielen Dank. Aber wenigstens, glaube ich, das ist auch mit der Wiederbelebung. Erstmal hier normale. Alter, komme ich denn überhaupt noch zu irgendwas hier? Alter! Alter, ich komme jetzt gar nicht. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Einfach immer mit einem Sniper irgendwo hinschießen. Naja, das klappt doch auch nicht jedes Mal. Ich bin gleich tot, 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 ich bin gleich tot. Ja eben sagte ich, das klappt doch nicht jedes Mal. Sex von zehnimit automatic. Ich hab keine Mutliswürfel, meine geile Scheiße. Upsa. Der wirft doch mal die scheiß Granate. Das sind keine Granate. Oh doch, das sind Granate. Achso, warne. Ich hab ne Idee. Bleib standhaft. Ich komme gleich. Nimmst du so ein geiles Ding von der Luft? Oh, da ist so ein übelder Fetti. Das ist so ein Fettsack. Hilf mir. Hilf mir. Das ist ein Fettsack. Ich bin gleich tot. 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 Alter, ich bin auch hier kurz vorm Frecken. Alter. Los, mach mal was. Ja, mach ich auch. Ja, schneller. Ich hab jetzt ziemliche Probleme mit den Leuten hier. Vor allem, weil das so ein fett Fettsack ist. Ja, schneller. Hier kommt immer mehr. Ja, ich bin schon kurz vorm Sterben. So, jetzt geht's auf die Fresse. Was machst du? 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 Langweilig. Ich bin zu einfach. Aber, oh. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Oh. Boah. Wieso bin ich immer der Typ, der einen Scheiß abkriegt? Zeig doch mit ein. Nein. Das wird cheaten. Schließlich haben wir sowas im Normalfall eigentlich gar nicht. Wir können's halt. Also haben wir's. Leute, der ist ein Hubschrauber. Schieß den Hubschrauber ab, Mann. Der ist irgendwo über mich. Wo ist der denn? Der ist bis da oben. Der ist bis da oben. Der hat dich in unser Haus abballern, ne? Das ist... Okay, der kommt runter. Hilft dir mal ein wenig. So, jetzt baller jetzt. Der ist hier direkt über uns. Hier, über mir. Ich bin der ist zu hoch, der ist zu hoch für mich. Scheiße, aber ich kann beballern. Wir erledigen, wir haben's geschafft. Ja, der zieht auch ab. Okay, lass uns lieber ins Apartment zurückkehren, bevor wir... Nein, die Bollen! Ja, mach nischt. Ich lass den Panzer hier stehen. Ja, rennen. Geh zu Haus. Geh mit ins 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 Haus. Unser Panzer! Was, der Panda? Los. Scheiße. Wir müssen ja doch mit dem Fahrstuhl fahren. Wer schießt hier noch? Komm her, Sepp! Komm her! Ich bin da, ich bin da! Rein, 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 rein! Juhu! Wir haben's geschafft, Leute zu töten. Nee, leider nicht. Oh, ich will diesen Stratkolben hier oben haben. So, was haben wir denn noch? Aufträge. Wieso habe ich wieder kein Bargeld? Was soll das? Wie lange dauert das? Äh, stündliche Stadt erinnern. Achso. Gut, vielleicht waren wir gar nicht so schnell. Ähm, nimm Powder aufs Korn. Ja, haben wir doch. Achso, achso. Nee, haben wir ja nie gemacht, weil wir ja hier geballert haben. Ui! Ach nee. Ui! Platsch! So, habe ich jetzt einen Hubschrauber. Wieso haben wir nie einen Hubschrauber? Wir hatten doch einen Hubschrauber. Man kann mich doch erinnern. Komisch. Naja, müssen wir halt mit dem Auto fahren. Hä? Was denn? Ich würde ja nüchst... Ach nee, doch. Wir fahren mit dem Auto los. Wui! Ähm, da rein. Und dann, wo ist die Garage gewesen? Aha, mit dem Fahrstuhl, ne? Boah, ist das verwirrendes Haus hier. Äh, so. Kleiderschrank. Ja, ist okay. Ich hole uns ein Auto. Irgendwann knall ich nochmal mit dem Gesicht auf den Boden. Wir nehmen den Neuro. Äh, äh, zurückholen. So! Ich bin im Baum hängen geblieben. Trottel. Hier bin ich. Ja, ich hab dich. Ups. Sorry. Passiert. Na toll, jetzt haben wir in der Blutlache rumliegen. So, na dann, ab geht's. Oh, da, 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 da. Was denn? Fährst du jetzt eigentlich flüssig mit, oder? Ja, ja. Das ist ja super. Nicht so wie damals, dass du hier rumgelegt bist. Rechts ist ein Auto jetzt. Was denn? Das sind überall Autos. Upsa. Hä? Nein, das war jetzt so zur Kontrolle, ob wir jetzt vergleichen Punkt sind. Achso. Noch 400 Meter ungefähr. Ja, ja, das ist nur noch 350, 330, 350, 377, 112. Ah, ja, genau. Nee, ich bin schon schon. Du hättest jetzt recht. Jetzt musst du links lang. Wow. Ach, das war geplant. Oh, das war auch. Das gehört alles zur Show. Das ist witzig, wie ich bei GTA gefahren bin damals. Wir sind da. Achso, wir müssen gar nicht ausstehen. Nee, das machen sie automatisch. Powder. Puder. Puder. Du denkst nicht, dass die Rückseite gelegt wird? Sie sind wie zwei Punkten. Was ist das in der Mitte, motherfucker? Motherfucker! Ja, das war ja sehr diskret. Ja. Die hat eine komische Sprache. Nicht so, das? Ja, so ein bisschen. So, wieder Ballerei. Mensch, wir können ja aber nichts friedlich lösen in dem Spiel, hä? Nee, okay. Das wäre so langweilig. So. Also, wenn es einen Plan B und einen Plan A geben würde, ne? Scheiße, wir hätten mal Muni einkaufen sollen. Das ist ein Schädenfeuer. Naja. Bam! Bam! Störb du mit Stück? Ja, wo ist der fettige Fettsack von vor innen hin? Alter, was hupt denn hier? Das geht mir auf die Nerven. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Also, versuch's. Oh, wie kommen denn da... Hopps, mal rüber. Achso, hier ist ja schon der Eingang. Das war ja einfach. Wir sind denn hier noch. Ach, lass uns reingehen, komm. Wo ist nun? Ach, da drüben. Oh, verdammt, jetzt muss ich noch dran. Ja, dann tu das nicht. Das ist nicht nett. Die habe ich auch. Hä, wo sind denn hier überhaupt Sniper? Ach, da ist noch... Ach, ne, schauen die. Ach, da oben. Hört immer auf, sich zu bewegen. Ach, das ist aber... Freund, schön. Was, ich habe dich doch... Ja, ich habe den gerade in Headshot gegeben, der Sau. Hast du den oben dauernd? Ja, ja, da sind alle tot. Glaube ich. Hoffe ich. Ist so. Sind alle tot. Hi, Feind, you're so. Ich dich auch, Schlampe. Upsa. Na, ich verprügel dir mal ein bisschen... Ja, ein bisschen handgreiflich werden. Ey, wie kannst du denn die verprügeln mit der Waffe? Ich habe meinen Schläger genommen. Den ist meiner Hose. Oh Gott, da ist schon wieder so ein fettig Fettsack. Minigun oder... Oh, das müssen wir noch so ein Fettsack gehen. Hast du eine Granate oder irgendwas? Ja, ich weiß nur nicht mehr, wie ich die... Meine auch. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Granaten auswählen konnte. Kuh, äh, Kuh, 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 Kuh. Ich habe den Arsch gefällt. Guck, 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 guck. Lol. So steht bei mir der lebende Mitglied wieder. Ach so, das ist der Typ. Ah, helfen die mal auf hier. Ja, und ich bin der selbst gleich tot. Das ist ja... Ich bin tot. Na, sehr viel meiner. Hallo? Hallo? Ne, muss nicht. Leute, leg den mir die an. Joa, mhm... Das war ja spannend. Felix wird ziemlich wichtig...